Willkommen zum nächsten Vlog. Ich bin heute im Donaupark in Wien mit diesem sehr interessanten Turm. Also, beginnen wir mal bei dem Stichwort Donaupark. Das ist also ein Park, der hier im 22. Bezirk in Wien ist. Und es ist eigentlich ein sehr großer Park, denn er besteht aus sehr vielen verschiedenen Teilen. Und zuerst einmal gibt es also diesen Donauturm. Also, der Turm ist eben diese Art von Gebäude. Es gibt viele verschiedene Türme. Es gibt Kirchtürme. Es gibt auch Türme von Wolkenkratzern. Und das hier ist eben der Donauturm. Es gibt auch noch das Verb sich türmen. Und das bedeutet, dass etwas in Form eines Turmes nach oben wächst. Zum Beispiel türmen sich Bücher auf einem Tisch. Oder der Müll türmt sich auf dem Boden. Bestimmte Dinge können sich türmen. Wie zum Beispiel auch Teller in einem Küchenschrank türmen sich. Und man kann da oben nicht nur eine schöne Aussicht genießen, sondern man kann auch in einem Restaurant essen. Und dieses Restaurant dreht sich um die eigene Achse. Also, um die eigene Achse. Das heißt, dass sich dieses Restaurant um 360 Grad dreht, während man isst. Zumindest war dies in den letzten Jahren noch so. Wahrscheinlich oder hoffentlich ist es jetzt auch noch so. Und hier habe ich noch einen Skatepark gefunden. Der ist nämlich irgendwo da hinten. Und da frage ich dich gleich dazu. Hast du mal versucht, Skateboardfahren zu lernen? Hast du das mal gelernt oder gemacht? Du kannst mir dazu auch gleich in den Kommentaren schreiben. Und wir können uns gleich mal anschauen, wie man eigentlich die Bestandteile eines Skateboards nennt. Zuerst einmal haben wir da das Brett. Also, das Brett ist quasi dort, wo man auf dem Skateboard steht. Und außer dem Brett gibt es natürlich noch unten die zwei Achsen. Das nennt man dann eben auch so. Wie gerade bei dem Stichwort sich um die eigene Achse drehen. Die zwei Achsen haben wir. Und dann haben wir noch vier Reifen oder vier, man kann auch sagen, Räder. Und in diesen Reifen hast du dann Kugellager. Das ist eben auch ein sehr spezielles Wort. Und dann habe ich hier hinten noch eine Kletterwand gesehen. Das Klettern ist eigentlich eine Sportart, wo man besonders viel Kraft braucht. Ich habe mal auf Instagram oder auch auf YouTube Videos gesehen, wo sie die Kraft von verschiedenen Sportlern vergleichen. Und da habe ich dann eben auch gesehen, aha, also ein Kletterer oder jemand, der oft klettern geht, hat eben besonders viel Kraft, obwohl diese Leute oder diese Sportler meistens nicht so groß von ihrer Statur sind. Das heißt also, Kletterer sind eigentlich nicht besonders massig. Also das heißt, sie haben nicht eine besonders große Körpermasse. Aber im Vergleich dazu können sie relativ gesehen extrem viel Masse bewegen, weil sie eben so kräftig sind. Und ich habe da hinten so eine Kletterwand gesehen. Und das hat mich daran erinnert, dass mich diese Sportart eigentlich sehr interessiert, aber dass ich diese Sportart eigentlich noch nicht probiert habe. Nächste Frage, die ich dir hier stellen möchte. Hast du oder gibt es eine bestimmte Sportart, die du gerne probieren möchtest, die du aber bis jetzt noch nicht probiert hast? Das kannst du mir auch gerne erzählen. Wie gesagt, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Formen von Sportarten. Es gibt die Einzelsportarten, die du alleine machst. Und dann gibt es noch die Gruppensportarten, die man in der Gruppe macht. Und gibt es eine Einzelsportart und eine Gruppensportart, die dir besonders viel Spaß macht? Und hier habe ich gleich das nächste Thema, das ich auch ansprechen wollte. Und zwar fährt durch diesen Donaupark eine kleine Bahn. Diese Bahn nennt sich Lilliputbahn. Hier hinten kannst du sie sehen. Und ich habe sogar vorher noch mal zufälligerweise diese Bahn schon aufnehmen können. Und das ist eben eine Bahn, die rattert durch den Park. Also sie rattert durch den Park heißt, sie macht dieses Geräusch und sie fährt eben durch den Park. Und das ist eben auch so ein bisschen eine Vergnügungsreise, kann man sagen. Das ist natürlich jetzt nicht so konzipiert, dass man da jetzt unbedingt an ein bestimmtes Ziel muss, sondern man dreht einfach eine Runde in diesen Park. Und was heißt eigentlich das Wort Lilliputbahn genau? Also eine Lilliputbahn, das ist eine kleine Bahn. Denn Lilliput, das kommt irgendwie, ich glaube, aus einem Märchen oder so. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Da gibt es ein Märchen, das heißt Gullivers Reisen. Vielleicht hast du mal von diesem Märchen gehört, Gullivers Reisen. Und da gibt es dann eben Lilliput, glaube ich, diese Stadt oder diesen Ort. Wenn ich mich irre, dann muss ich das wahrscheinlich in dem Video noch einmal korrigieren. Aber ich werde das nochmal nachsehen. Ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das in dem Moment so richtig in Erinnerung hatte. Ich konnte das aus dem Stehgreif korrekt sagen. Aus dem Stehgreif bedeutet, in dieser Situation sehr spontan und ohne Vorbereitung. Und jetzt noch drei Beispiele mit dem Wort aus dem Stehgreif. Nummer eins, der Lehrer stellte mir eine Frage und ich musste die Antwort aus dem Stehgreif geben, ohne lange nachzudenken. Beispiel Nummer zwei, sie hielt eine beeindruckende Rede aus dem Stehgreif, ohne Notizen oder Vorbereitung. Und Beispiel Nummer drei, er konnte das Gedicht aus dem Stehgreif aufsagen, obwohl er es erst einmal gelesen hatte. Und woher stammt diese Redewendung genau? Das Sprichwort aus dem Stehgreif stammt ursprünglich aus der Reitkunst. Der Stehgreif war der Steigbügel am Sattel eines Pferdes. Aus dem Stehgreif bedeutete also, dass man noch im Sattel eines Pferdes saß und noch nicht vom Pferd abgestiegen ist. Normalerweise steigt man ja zuerst vom Pferd ab, um etwas anderes zu tun. Aber in diesem Fall hat man diese Sache dann direkt aus dem Stehgreif gemacht. Das heißt also im übertragenen Sinne, dass man etwas sehr spontan und ohne Vorbereitung macht. Du kannst mir gerne auch in den Kommentaren schreiben. Da fällt mir schon das nächste wunderbare Thema ein, und zwar Märchen. Also, es gibt ja die ganz berühmten Märchen von den Brüdern Grimm. Und vielleicht müsste man noch in einem weiteren Satz dazu sagen, dass ja diese Märchen eher von den Brüdern Grimm nicht komplett neu erfunden wurden, sondern eher zusammengefasst und kompiliert wurden. Also, sie wurden in einem Werk neu zusammengefasst und ich denke, ähnliche Geschichten mit einer ähnlichen Handlung und mit ähnlichen Helden oder mit ähnlichen Bösewichten gab es schon in anderen Märchen und in anderen Geschichten in anderen Ländern. Also, diese Märchen von den Brüdern Grimm sind unter anderem Rotkäppchen, dann haben wir eben das tapfere Schneiderlein und dann haben wir vielleicht Gullivers Reisen. Nein, das ist, glaube ich, von jemandem anderen. Also, da gibt es verschiedene Märchenerzähler. Ein anderer Märchenerzähler, der mir hier einfällt, ist Hans Christian Andersen. Der hat ja auch sehr schöne oder sehr bewegende Märchen geschrieben. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, unter anderem das Märchen Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Und ich kann mich erinnern, als ich als Kind dieses Märchen gehört und gelesen habe, und damals hatten wir noch einen alten Schatten, einen alten Plattenspieler. Also, das haben wir wirklich mit LPs noch gehört damals. Da hatten wir zu Hause einen Plattenspieler. Und als ich das Märchen gehört habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist wirklich ein sehr trauriges Märchen, eine sehr traurige Geschichte. Gibt es für dich ein Märchen, das dich besonders geprägt hat, das dich besonders bewegt hat oder das dir vielleicht besonders gefallen hat? Das kannst du mir natürlich auch gerne erzählen. Ja, also hier im Hintergrund habe ich den Donauturm und mich wirst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen dünkler im Schatten sehen. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, bei diesen Temperaturen, die es jetzt gerade in Wien hat, ist es auch wirklich gerechtfertigt. Das ist auch ein schönes Wort, ein gutes Wort zu wissen. Etwas ist gerechtfertigt. Und ich habe ja auch einen Mitgliederbereich. Mehr Videos, mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen. Melde dich an, werde Mitglied bei meinem Kanal. Also das heißt, es hat einen guten Grund, warum ich jetzt gerade im Schatten bin. Und von gerechtfertigt können wir zum Verb hinübergehen, sich rechtfertigen oder etwas rechtfertigen. Man kann gewisse Dinge rechtfertigen und manche Dinge kann man nur sehr schlecht rechtfertigen. Und jetzt noch einmal ein paar Satzbeispiele mit diesen zwei Wörtern. Die Preiserhöhung ist gerechtfertigt, weil die Produktionskosten gestiegen sind. Es ist gerechtfertigt, dass du eine Pause machst, weil du lange gearbeitet hast. Der Lehrer fand die schlechte Note gerechtfertigt, weil der Schüler die Aufgaben nicht gemacht hatte. Und jetzt noch ein paar Beispiele mit rechtfertigen. Manche Leute rechtfertigen ihr Verhalten, obwohl es nicht richtig war. Du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du eine ehrliche Meinung hast. Sie versuchte, ihr zu spät kommen, zu rechtfertigen, indem sie erklärte, dass der Bus Verspätung hatte. Aber in diesem Fall ist es gerechtfertigt, dass ich da im Schatten sitze. Aber trotzdem werde ich mir dann meine Sonnenbrille aufsetzen und dann hier weitergehen. Und zum Stichwort Sonnenbrille kann ich gleich noch etwas Interessantes sagen. Und zwar folgende Sache. Wir haben ja diese Sonnenbrille und dann haben wir die Sonnenbrillengläser. Und wie nennt man das auf Deutsch, wenn diese Gläser kaputt werden? Denn das kann ja oft passieren. Auf Deutsch sagt man dazu, diese Gläser werden zerkratzt. Und was heißt das genau? Kratzen, das ist auf Deutsch diese Art von Bewegung. Also zerkratzen, es wird zerkratzt. Und hoffentlich passiert dir das nicht, dass deine Sonnenbrille zerkratzt wird. Also da muss man ein bisschen darauf achten. Und deswegen wollte ich dir dieses Wort beibringen. So, ich werde jetzt mal diese sehr große Wiese mal rübergehen und da mal schön ein Panorama zeigen und ja, viele Dinge auch weitererzählen. Ich möchte dir natürlich auch hier ein bisschen zeigen, was es hier für Pflanzen gibt. Das ist wieder auch ein sehr schöner Blick. Also, das ist einfach sehr heilsam. Heilsam heißt, dass es irgendwie eine therapeutische Wirkung hat. Es ist wirklich angenehm. Es ist eine Freude. Und für mich ist es auch so, dass ich für meine Videos den Anspruch habe, ich möchte, dass in diesen Videos nicht nur es möglich ist, dass man Deutsch lernen kann, auf eine interessante Weise, auf eine authentische Weise, auf eine natürliche Weise, sondern es soll auch entspannend sein. Es soll auch angenehm sein. Es soll auch wirklich lebensnah sein und nicht nur immer diese technischen Fragen, punkto Grammatik oder Wortscharts. Und deswegen habe ich meinen Kanal auch so genannt, Learn German Relaxed with Gabriel oder mit Gabriel. Ich habe ihn eben gerade mit diesem Wort Relaxed genannt oder ich habe das Wort Relaxed in meinen Kanalnamen integriert, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Es ist ein Schlüsselpunkt, wie ich hier meinen Kanal organisieren möchte und welche Art von Energie und Schwingung diese Videos rüberbringen sollen. Also eine gewisse Schwingung, eine gewisse Energie rüberbringen. Man kann das eben mit diesem Verb sagen. Also das heißt, nicht nur was wir sagen, das heißt unsere Worte beeinflussen, wie die andere Person uns sieht oder welchen Eindruck jemand von uns bekommt, nicht nur die Worte sind das, sondern es ist natürlich auch die Körpersprache, es ist die Kleidung natürlich auch und es ist auch eine ganz generelle Atmosphäre, die diese Person oder die einfach dieses Video irgendwie rüberbringt. Und der Tonfall ist ja auch extrem wichtig. Also wir sehen, wenn wir eine Botschaft haben, wenn wir eine Botschaft vermitteln wollen, dann ist ganz klar nicht nur das Wort selbst oder die Wörter selbst, die Worte selbst das Wichtige oder das Entscheidendste, sondern viele, viele andere Faktoren beeinflussen, wie wir gesehen werden. Und deswegen möchte ich natürlich, dass dieser Kanal hier Learn German Relaxed heißen soll. Mit mir dann, genau. Also das ist dann die Kombination. Hier zeige ich noch ein bisschen eine sogenannte Skyline. Also wir sind hier etwas weiter draußen. Wir sind hier im 22. Bezirk von Wien und hier siehst du verschiedene Gebäude. Unter anderem, nein, jetzt gerade sehen wir nicht die Uno City. Es gibt nämlich auch die Uno City hier in Wien. Die werde ich vielleicht später noch zeigen können. Und jetzt wollte ich gerade sagen, was ist der Unterschied zwischen den Worten und den Wörtern? Also das Wort ist ja einfach die Form im Singular. Und jetzt haben wir aber noch zwei Pluralformen, und zwar die Wörter und die Worte. Auf Deutsch unterscheiden wir zwischen diesen beiden. So, zuerst einmal sage ich, was die Wörter heißt. Also, die Wörter bezieht sich auf die Anzahl von Wörtern. Beispielsweise, wenn ich sage, ich bin in Wien. Das ist ein Satz mit vier Wörtern. Mit vier Wörtern. Aber wenn ich jetzt sage, diese Worte sind sehr schön oder vielen Dank für deine netten Worte. Die Worte beziehen sich auf den Inhalt und auf den Sinn des Gesagten. Also, da geht es darum, was jemand gesagt hat. Diese Worte sind entweder sehr schön oder sehr unhöflich. Das ist eben der Unterschied zwischen Wörtern und Worten. Gibt es in deiner Sprache ein ähnliches Beispiel, wo man für ein bestimmtes Nomen zwei verschiedene Pluralformen hat, die etwas anderes bedeuten. Das kannst du mir auch gerne sagen. So, und dadurch, dass es hier so heiß ist, werde ich mir den ersten Schluck nehmen. Heute kein Kaffee, sondern ich habe Wasser und Eistee. Und ich werde zuerst einmal mit Eistee beginnen. Also, ein seltener Anblick. Ein seltener Anblick, dass ich heute hier eine Plastikflasche habe und Eistee habe. Denn normalerweise ist das nicht so meine Gewohnheit. Aber ich habe heute nichts anderes gefunden. Und ich hatte, bevor ich weggegangen bin, hatte ich keinen Kaffee mehr übrig und ich hatte keine Zeit mehr, einen neuen Kaffee zu machen. Deswegen haben wir heute Eistee und ein bisschen Wasser. Aber natürlich schmeckt Eistee auch besonders gut. Bei dem Thema UNO City kann man ja dann in sehr viele verschiedene Unterthemen hineingehen. Dann Sprachen zum Beispiel. Also, das ist ja eine Staatengemeinschaft. So viele verschiedene Staaten und so viele verschiedene Sprachen. Hast du dir mal gedacht bei einer Sprache, die du nicht kannst, aber die sehr, sehr weit weg von deiner eigenen Muttersprache ist, wie diese Sprache vielleicht funktionieren könnte? Also, ich gebe dir ein Beispiel. Für mich wäre das zum Beispiel Deutsch und Arabisch, sagen wir mal. Und warum sage ich das so? Also, Chinesisch kann ich ja schon. Das heißt, ich kann mir schon relativ gut vorstellen, wie Chinesisch ungefähr funktioniert. Das habe ich mir schon angeeignet, Gott sei Dank, in den letzten mehr als 20 Jahren. Aber bei Arabisch zum Beispiel habe ich wirklich keine Ahnung. Also, ich habe mir mal die arabische Schrift angesehen, weil mich das einfach generell interessiert, weil mich das ganz allgemein interessiert, Schriftsysteme mir anzusehen und versuchen zu verstehen, wie sie funktionieren. Aber die Grammatik und die ganze Struktur und wie man dann wirklich in der Wirklichkeit diese Sprache benutzt, das weiß ich dann einfach nicht. Da habe ich wirklich keinen Einblick. Und das ist eben eine Sprache, die so weit weg ist und wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich eine ganz andere Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Und jetzt kannst du mir sagen, ob du mal schon begonnen hast, eine sehr andere Sprache zu lernen, wie das Gefühl für dich war und was für dich vielleicht eine große Herausforderung war. Also, in meinem Fall war das natürlich Deutsch und Chinesisch, weil diese Sprachen sehr weit auseinander liegen. Denn in deinem Fall gibt es irgendeine andere Sprache, in deinem Fall, wo du gesagt hast, okay, das ist eine Sprache, die ganz weit weg von meiner eigenen Muttersprache ist. Das kann jetzt also in welcher Hinsicht sein? Das kann hinsichtlich der Grammatik sein, das kann hinsichtlich des Wortschatzes sein oder hinsichtlich der Satztruktur sein. Das kann auch hinsichtlich der Logik oder sagen wir der Ausdrucksweise in der Sprache sein. Hinsichtlich ist auch ein tolles Wort, es ist ein bisschen lang, aber das benutzen wir eben, wenn wir sagen, bezogen auf etwas. So viele Synonyme, oh mein Gott, so viele Synonyme, die man auch in einer Sprache eben lernen kann, das ist auch etwas, was man beim Sprache lernen einfach wirklich oft antrifft. Man hat sehr viele verschiedene, aber doch recht ähnliche Wörter. Also ich gebe dir ein Beispiel. Hinsichtlich der Prüfungen solltest du dir mehr Zeit zum Lernen nehmen. Hinsichtlich der neuen Regeln gab es viele Diskussionen in der Klasse. Bezogen auf deine Leistungen im letzten Monat hast du dich deutlich verbessert. Bezogen auf das Projekt haben wir noch einiges zu tun, bevor es fertig ist. Bezogen auf die Stadt Wien ist hier die Lebensqualität relativ gut. Oder hinsichtlich der Lebensqualität oder hinsichtlich Wien ist die Lebensqualität sehr gut oder relativ gut. So könnte man es zum Beispiel benutzen. Ja, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Eistee oder ein bisschen mehr Wasser. und das sehe ich gerade auf dieser Packung kalorienarm. Was das auch immer bedeuten möge, kalorienarm, also im konkreten Sinn meine ich jetzt. Denn oft kaufen wir Lebensmittel, untersteht dann kalorienarm oder fettarm. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass dieses Lebensmittel dann viel gesünder ist. Wenn ich jetzt in das Thema Ernährung hineinspringe, hier könnte man ja verschiedene Schlüsselwörter eigentlich nennen. Also zum Beispiel haben wir bei Lebensmitteln die Zutaten. Also wenn ich hier auf diese Verpackung schaue und dann lese, was da ist, dann sind das die Zutaten, sagt man auf Deutsch. Und wenn ich zum Beispiel etwas koche, wenn ich zu Hause mir etwas kochen möchte und wenn ich dann dafür die Zutaten einkaufe, dann habe ich genau das gleiche Wort. Wir benutzen die Zutaten beim Kochen. Und dann habe ich noch die Nährwerte. Der Nährwert, das ist eben hier diese Tabelle und wenn ich dann die Nährwerte ansehe, dann habe ich unter anderem Zucker oder Fett oder Kohlenhydrate oder Proteine oder Eiweiße. Da haben wir eben verschiedene Formen, wie wir das sagen können. Also wir haben einmal die Kohlenhydrate, dann haben wir das Fett und das Eiweiß. So sagt man es auf Deutsch. Und dann haben wir zum Beispiel noch Salz oder ein anderes lustiges Thema und zwar die verschiedenen Fettsäuren. Also auf Deutsch hast du die Säure. Das kann man auch im Bereich der Chemie verwenden. Die Säure. Und dann haben wir gesättigte Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren. So haben wir das. Auf jeden Fall gibt es dann noch die Kohlensäure und das benutzen wir oder das finden wir bei zum Beispiel Cola oder bei anderen Getränken, die eben Kohlensäure haben, wo dann das Getränk so sprudelt. Okay, ich glaube, das war schon gut und der nächste Schritt sollte jetzt, glaube ich, vonstatten gehen und wir werden den Spaziergang weitermachen. Den Rucksack wieder umgeschnallt. Hier, ich habe den Rucksack umgeschnallt und ich werde jetzt mal diese Wiese hier weitergehen. Rein wieder in die Sonne und raus aus dem Schatten. Ich bin gespannt, was ich hier für schöne Gegenstände, wie zum Beispiel diesen hier, beschreiben kann. Was ist das hier? Was für eine interessante Installation. Ja, das ist ganz interessant, weil das eigentlich ein Papstkreuz ist, denn im Jahre 1983 hat hier der damalige Papst Johannes Paul II eine große Messe gehalten und zwar war das am Katholikentag am 12. September und damals wurde eben dieses Kreuz gebaut. Was ist das hier? Worum handelt es sich hier? Worum handelt es sich hier? Also was ist das hier? Ich sehe hier eine Plakette mit dem Papst Johannes Paul II. Wirklich faszinierend. Das ist wieder eine super Chance. Kann man das vielleicht hier sehen. Ich werde einfach noch einmal mit dem Handy auch jetzt ganz live eine Foto machen und ein Video machen. Und jetzt nachdem ich das recherchiert habe kann ich natürlich sofort verstehen warum dort eine Plakette mit dem Papst Johannes Paul II. ist. Und dann können wir uns diese Plakette noch einmal genauer ansehen. Also der Papst Johannes Paul hat hier von 1920 bis 2005 gelebt. Ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich noch sehr gut erinnern wie er Papst war. Auf Deutsch sagt man das ist das Wappen. Das Papst Wappen. Schlüssel sind das hier. Das ist diese Kopfbedeckung die mir gerade nicht einfällt aber die eben für Päpste ist. Und das hier ist ein Sinnspruch oder ein Motto. Und das ist wahrscheinlich Lateinisch. Aber das Motto ist auch ein schönes Schlüsselwort. Es gibt hier zum Beispiel in den sozialen Medien ganz viele Kanäle, ganz viele Beiträge, die Mottos posten oder Sinnsprüche posten. Also der Sinnspruch oder das Motto. Gehen wir nochmal kurz zu diesem Wort. Und dann werden wir nochmal versuchen herauszufinden, was das hier genau ist. Und hier möchte ich ein paar berühmte Mottos oder Sinnsprüche vorstellen. Zum Beispiel Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel bedeutet, dass bei dem Erreichen eines Ziels nicht nur das Ziel selbst wichtig ist, sondern auch der Prozess und die Erfahrungen auf dem Weg dorthin. Der nächste Sinnspruch oder das nächste Motto ist Wer wagt gewinnt. Der Spruch Wer wagt gewinnt soll dazu ermutigen Risiken einzugehen, um Erfolg zu haben. Ein anderer Sinnspruch wäre zum Beispiel ohne Fleiß kein Preis. Das heißt also, dass man daran erinnert wird, dass Erfolg harte Arbeit erfordert und dass man Belohnungen nur durch Anstrengung erreichen kann. Und im Internet werden natürlich viele neue Sinnsprüche und Mottos geschrieben und kreiert. Das heißt, man findet dort natürlich nicht nur diese Sinnsprüche, die es schon vor langer Zeit gegeben hat, sondern auch ganz neue. Ich werde mir mal Schatten suchen. Also, der Sinnspruch ist eben ein Slogan. Hier knirscht das vertrocknete Laub. Das sind die Blätter. Das knirscht hier. Da haben wir das da unten. Hier haben wir schöne Blätter. Okay. Und zwar das Wort Sinnspruch möchte ich ein bisschen erklären, denn irgendwo hat das im Deutschen ja auch eine sehr große Bildhaftigkeit, dieses Wort. Und zwar der Sinn heißt ja die Bedeutung. Es hat einfach eine bestimmte Bedeutung und der Spruch kommt vom Verb sprechen. Also man sagt etwas. Das heißt, man sagt etwas, was eine bestimmte Bedeutung hat oder eine große Bedeutung hat. Und so haben wir dann verschiedene Sinnsprüche. Und wenn man so durch Instagram scrollt oder Facebook scrollt oder auch durch YouTube Shorts scrollt, die entweder sehr motivierende Sinnsprüche teilen oder Sinnsprüche zu verschiedenen Lebensthemen teilen, also zum Thema Partnerschaft, zum Thema Geld, zum Thema Erfolg, zum Thema Beruf, zum Thema Leben oder psychische Gesundheit und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Sinnsprüche oder bestimmte Mottos. Hast du in letzter Zeit einen Spruch gehört, der dich sehr beeindruckt hat, den du sehr gut fandest oder ein Spruch, der dir in Erinnerung geblieben ist. Das würde mich interessieren und das kannst du mir sehr gerne in den Kommentaren schreiben. Noch besser wäre es, wenn du den Sinnspruch vielleicht auch auf Deutsch schreiben könntest. Also ich glaube, man kann da einfach eine Übersetzungsmaschine nehmen. Wir fügen das einfach ein von deiner Muttersprache oder in die Zielsprache, also hier in diesem Fall Deutsch und dann könntest du diesen Sinnspruch oder diesen Spruch oder dieses Motto hier in den Kommentaren posten. Das wäre doch auch eine interessante Aktion, ein interessantes kleines Miniprojekt hier zu diesem Video. Verschiedene schöne Sinnsprüche, die anderen Leuten vielleicht helfen könnten, in den Kommentaren zu posten. Und es ist sicher auch eine coole Übung zum Deutsch lernen. Pistole geschossen heute alles. Das kommt ja alles ganz flüssig heute. Noch mal zwei einfache Beispiele mit Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Als ich ihn nach dem Weg fragte, kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Sie kannte die Vokabeln so gut, ihre Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen. Das heißt also, dass jemand etwas sehr gut kennt und sofort ohne Zögern eine Antwort geben kann. Und hier im Vlog habe ich gerade so viele Themen im Kopf, dass ich wie aus der Pistole geschossen ständig ein neues Thema bringen kann. Deswegen habe ich diese Redewendung hier benutzt. Und zwar beim Sprachen lernen ist das auch etwas wirklich also sagen wir hilfreiches und sehr anregendes. Es Bewegung ist ein guter Reiz es ist ein guter Stimulus wenn man so kleine kurze Sätze lernt und sich kleine kurze Sätze also Sinn Sprüche und Mottos in der anderen Sprache durchliest. Es können natürlich auch lustige Sprüche sein es können Memes sein und vom Thema Sprüche gehen wir weiter zum Thema Fußball und warum auf einmal das Thema Fußball das kommt ja so plötzlich wie aus heiterem Himmel das Thema Fußball aus heiterem Himmel heißt ganz ganz plötzlich ohne Vorwarnung aus heiterem Himmel denn das hier ist eigentlich heute auch ein heiterer Himmel genau so sieht ein heiterer Himmel aus also aus heiterem Himmel kommt auf einmal etwas komplett überraschendes und zwar haben wir hier ein Fußballtor da werde ich jetzt nämlich hingehen und wenn ich ein Fußballtor sehe dann muss ich natürlich anfangen über Fußball zu sprechen das sind eigentlich eher kleine Fußballtore ja und wir werden gleich einmal hier ein bisschen Fußball Vokabular durchgehen zuerst einmal haben wir das Netz das Fußball oder das Tornetz hier ist das Netz und der Fußball wird ins Tor geschossen also wenn ich mit dem Bein so mache dann heißt das schießen ich schieße entweder mit links oder mit rechts und jetzt kann man eben den Ball ins Fußballtor schießen und der Fußball er ist im Netz oder er bewegt sich wild im Netz genau und dann haben wir die Stange und die Latte so und zwar wir haben rechts und links bei einem Fußballtor die Stangen linke Stange rechte Stange wenn ich also einen Stangenschuss beim Fußball mache dann ist das sehr schade meistens weil der Fußball dann nicht ins Tor geht sondern nur an die Stange gegangen ist der Fußball ist nur an die Stange gegangen manchmal kann natürlich auch bei einem Innen Stangenschuss der Fußball ins Tor gehen also hier sieht man ganz logisch der Aufbau Innen Stangenschuss denn das hier ist innen das hier ist innen ja und das wäre dann das da das wäre dann außen also die Außen Stange ist nicht sehr hilfreich wenn man den Ball ins Tor bekommen möchte für den Torwart ist es natürlich sehr hilfreich und ich habe auch einen mit der Bereich mehr Videos mehr Content für dich über ganz viele verschiedene Themen melde dich an werde Mitglied bei meinem Kanal für den Torwart das ist der Spieler der im Tor steht ist ein Außen Stangenschuss natürlich viel vorteilhafter weil der Ball dann nicht ins Netz geht nicht ins Tor geht und wir haben dann noch die Latte also die Latte das ist der Querbalken der Querbalken der dann hier horizontal verläuft schönes Verb hier auch klingt etwas schöner als ist oder zum Beispiel ein Fluss verläuft von Osten nach Westen oder eine Autobahn verläuft hier die Stangen verlaufen vertikal vertikal ist also von oben nach unten das hat einfach sein müssen ich konnte einfach nicht anders ja genau das wollte ich sagen und das ist ein schöner Spruch der man hier auch erwähnen kann ich konnte einfach nicht anders ich konnte nicht anders ja punkte Fußball da ist auch etwas ganz interessantes was ich hier mitteilen kann und du kannst mit mir sehr gerne in den Kommentaren darüber diskutieren oder einfach mit mir ein bisschen darüber sprechen und zwar natürlich habe ich auch als Kind gerne Fußball gespielt also auch vielleicht ungefähr bis zu meiner Uni-Zeit ungefähr aber das Thema Fußball im Fernsehen schauen hat sich dann wahrscheinlich nach der Pubertät sehr schnell für mich erledigt und ich denke da gibt es eine ganz interessante Entwicklung die man beobachten kann wie eben die Menschen zum Thema Sport eine andere Entwicklung bei ihren Interessen erleben also manche Lebens manche Leute sind ihr ganzes Leben lang extrem sport begeistert und schauen auch sehr viel Sport im Fernsehen oder die möchten auf keinen Fall Sport Wettbewerbe im Fernsehen verpassen und da gibt es wiederum andere Leute die dann vielleicht in ihrer Kindheit in ihrer Jugend viel Sport machen aber dann später sagen wir mal ich würde sagen nach der Pubertät sehr schnell das Interesse verlieren und dann gar keinen Sport mehr vielleicht nicht nur im Fernsehen nicht mehr ansehen sondern auch selber keinen Sport mehr machen und dann gibt es noch eine andere Variante unter vielen Varianten natürlich und zwar jene dass man vielleicht in seiner Kindheit gar keinen Sport gemacht hat oder dass in der Kindheit vielleicht Sport ein unangenehmes Thema war also für manche Leute ist es ja auch in der Kindheit in der Jugend mit schlechten Erfahrungen verbunden und also das Thema Sport weil vielleicht hat man irgendwie vielleicht war man nicht fit als Kind oder man wurde irgendwie beim Gruppensport irgendwie ausgeschlossen oder niemand wollte mit einem in der gleichen Mannschaft spielen solche verschiedenen Erfahrungen können ja passiert sein im Sportunterricht vielleicht oder im Park und später dann im Erwachsenenleben entdecken diese Leute Sport ganz neu für sich sie entdecken den Sport ganz ganz neu für sich und sie bauen eine ganz neue Beziehung zum Sport auf zu dem Thema Sport zu dem Thema Bewegung zu dem Thema Fitness ja also ich denke auch dass ich im Laufe des Lebens einfach das Interesse für die Sportarten sehr stark ändern und sehr stark wandeln kann es kann sich sehr stark wandeln also es wandelt sich heißt es ändert sich es wird anders sich wandeln hier folgende Beispiele meine Gewohnheiten haben sich gewandelt seit ich mehr auf meine Ernährung achte mein Freundeskreis hat sich im Laufe der Jahre gewandelt weil wir uns verändert haben die Jahreszeiten wandeln sich im Laufe des Jahres die Farben des Himmels wandeln sich bei Sonnenuntergang und war das vielleicht in deinem Leben auch mal so dass du vielleicht eine bestimmte Sportart gerne als Kind gemacht hast oder als Jugendlicher dann hat sich das geändert dann hast du dich für einen anderen Sport interessiert also war das bei dir mal so dass du bestimmte Sportarten früher viel mehr gemacht hast oder dass du jetzt eine bestimmte Sportart machst die du früher gar nicht gemacht hast da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten und du kannst sehr gerne mit mir über dieses Thema auf Deutsch sprechen also aktiviere dein Deutsch und benutze dein Deutsch versuche die Vokabeln die du schon kennst einfach zu benutzen aus deinem Kopf zu bekommen rein in die Tastatur zu bringen also bringe dein Deutsch hier in die stoffliche Wirklichkeit in die wirkliche physische Realität mach daraus in der Tastatur ein paar Sätze und es gibt ja beim Sprachen Lernen auch diese zwei sehr wichtigen Kernkonzepte die mir sehr geholfen haben Sprachen zu lernen und zwar auf der einen Seite sind das die oder auf der einen Seite ist das der Input also die Einfuhr an Information das heißt viel viel Input zu bekommen einfach die Sprache in ganz vielen Kontexten zu hören und zu lesen also das heißt die zwei Fertigkeiten lesen und hören sind hier ganz ganz entscheidend und dass man eben wirklich die Sprache in extrem vielen verschiedenen Kontexten sieht und hört und und dann und ganz viele vielleicht auch verschiedene Stimmen hören kann und dass man langsam dass das Gehirn weil das Gehirn eben genauso eben ja konzipiert ist eigentlich dass das Gehirn durch diesen ganz ganz vielen Kontext immer besser herausfinden kann wie die Sprache funktioniert und dass man sich dann die Sprache natürlich aneignet also etwas lernen und studieren und büffeln ist eine Sache aber eine andere Sache ist dann eine Sprache aneignen oder sich eine Sprache aneignen also das sind zwei ganz ganz wichtige Punkte denn wenn ich einfach nur büffle wenn ich sage ich büffle dann heißt das dass ich einfach etwas lustlos lerne oder sehr sehr angestrengt lerne dann ist das vielleicht nicht so effektiv als wenn Sprache zu lernen einfach mit einer luxusvollen Einstellung irgendwas zu finden was interessant ist was natürlich ist was lebensnah ist also der eine Punkt ist mal wirklich viel Kontext zu bekommen und der andere Punkt ist dann ja wie kann ich dann sprechen üben oder wie kann ich meine Sprache aktivieren also ich bin ein sehr großer Fan von Input ich bin ein sehr großer Fan davon dass man viel hört und viel liest und dass man sich sehr viel Zeit nimmt und mit sehr viel Ruhe und mit sehr viel Entspannung einfach die Sprache in sich hineinfließen lässt da bin ich ein riesig großer Fan davon aber auf der anderen Seite bei der besten Motivation und beim besten Willen den man hat muss man dann irgendwann auch ein bisschen üben diese Sprache zu aktivieren also so ist es mir zumindest gegangen und ich denke vielen anderen Leuten geht es auch so sie haben das Gefühl oder wir haben das Gefühl wir können eine Sprache schon recht gut verstehen aber warum habe ich trotzdem irgendwie den Eindruck dass ich selber die Sprache nicht gut reproduzieren kann dieses Erlebnis dass wir beim sprechen stocken dass wir nicht gut die Vokabel finden können oder dass wir einfach viel langsamer oder viel behäbiger sind als wir uns das vorgestellt haben wenn wir diese Fremdsprache sprechen behäbig heißt einfach nicht sehr mobil nicht sehr geschickt nicht sehr wendig nicht sehr schnell also behäbig kann man so gehen ja also wenn jemand behäbig geht dann heißt das dass diese Person eben nicht sehr flexibel ist inflexibel oder unflexibel also deswegen denke ich beim Sprachenlernen sind diese zwei punkte ganz ganz wichtig man muss dann irgendwo einen weg finden der für einen selbst interessant ist für einen selbst ist ganz wichtig für jeden kann es etwas anderes sein man muss einen Weg finden der für einen selbst interessant ist wie man diese Sprache selber benutzen kann wie man diese Sprache in den eigenen Alltag integrieren kann also das ist glaube ich ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt der es sehr wert ist darüber nachzudenken also es ist sehr lohnenswert ein bisschen darüber nachzudenken wie man ja und zwar in Einklang mit seinen eigenen Interessen eine Sprache aktivieren kann im Einklang mit heißt einfach so etwas wie in Harmonie mit etwas zum Beispiel die Musik ist im Einklang mit der Stimmung des Films oder die Farben der Dekoration sind im Einklang mit dem Thema der Party sein Plan ist im Einklang mit den Zielen des Unternehmens das ist für jeden etwas anderes denn nicht jeder möchte vielleicht ständig mit anderen Leuten ins Kaffeehaus gehen und dort sprechen manche Leute machen das gerne manche Leute machen das nicht gerne es muss nicht immer nur über direkten Kontakt sein es kann natürlich direkter Kontakt sein und hier sitze ich jetzt auf einer Bank auf einer schönen Bank genauso wie ich sie auch schon in einem anderen Park hatte im anderen Block den ich gemacht habe hier sehen wir noch ein bisschen diese Aussicht also ich werde später vielleicht noch versuchen darüber zur UNO City zu gehen dann können wir mehr davon sehen also nochmal zurück zum Thema seine Sprache aktivieren können und zwar ich glaube hier ist es eben ganz ganz entscheidend und von großer wichtigkeit dass man selbst seinen weg finden kann also es muss nicht immer nur der direkte Kontakt zu anderen Leuten sein es kann auch vielleicht hier in diesem Fall einfach über Kommentare schreiben sein man kann einfach langsam etwas tippen also nicht nur durch das sprechen kann man die sprache aktivieren sondern man kann eben auch durch zum beispiel schreiben die sprache aktivieren und der vorteil ist auch beim schreiben hat man mehr zeit um zu überlegen. Man hat mehr Zeit, die richtigen Worte zu finden. Man kann dann sich einfach langsam und auch in Ruhe überlegen, welches Wort in diesem Kontext passend oder richtig ist. Und das ist natürlich viel weniger anstrengend. Und es ist einfach nicht so, ja, mit Hast, dass man die richtige Ausdrucksweise finden soll. Also, hastig sein oder die Hast ist auch ein Nomen und ein Adjektiv. Also, wenn ich etwas hastig mache, dann mache ich etwas sehr hektisch und ohne Ruhe. Also, das ist das Gegenteil, das antonym von ruhig und entspannt. Hastig. Ja, bei der Hast, das ist auch, glaube ich, in unserer Zeit etwas sehr häufiges, also natürlich gab es das auch immer schon, ja, Hastigkeit. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die sozialen Medien ansehe und welche Art von Videos zum Beispiel irgendwie präsentiert werden, und zwar hat das auf der einen Seite natürlich einen guten Grund, warum man versucht, sehr schnell und sehr effizient Informationen zu liefern und bereitzustellen. Das finde ich ja auch toll. Also, ich finde es ja auch gut, ich bin ja auch glücklich, wenn ich sehr schnell und sehr effizient und sehr, sehr praktisch Informationen bekommen kann. Und zwar die richtige, die ich haben möchte. Das ist die eine Seite. Also, ich sage auf jeden Fall Ja dazu. Aber man kann auch die andere Seite sehen. Also, es geht nicht um ein Entweder-Oder. Das ist auch so eine ganz tolle Sichtweise, die ich versuche zu üben. Es geht im Leben oft nicht um ein Entweder-Das-Oder-Das. Also, nicht entweder A oder B. Ich muss nur eines wählen oder ich darf nur eines wählen, sondern es geht vielmehr um ein Sowohl-A als auch-B. Sowohl das eine als auch das andere. Man kann vielleicht sich überlegen, wie man bestimmte Dinge kombinieren kann. Also, wann ist es vielleicht ganz gut, ein bisschen hastiger zu sein? Ja, das kann ja auch manchmal ganz gut sein oder ein bisschen schneller etwas zu machen. Und wann ist es eigentlich eher kontraproduktiv? Hier schließt sich wieder der Kreis. Hier schließt sich wieder der Kreis. Deswegen heißt mein Kanal eben Learn German Relaxed. Es soll eben relaxed sein und nicht stressful, also nicht gestresst. Na gut, nächster Schluck von diesem Eistee. Da fällt mir die nächste Redewendung ein. Und zwar das Glas halb voll oder halb leer sehen. Das ist ja auch eine Lebenseinstellung irgendwo oder eine Einstellung zum Leben, eine Einstellung zu vielen Dingen, eine Einstellung zum Erfolg oder zum Misserfolg. Das Glas halb voll sehen oder das Glas halb leer sehen? Also, wenn ich sage, ich sehe das Glas halb leer, dann ist das eher eine pessimistische Einstellung. Also, das heißt, die Hälfte ist schon weg. Die Hälfte ist nicht mehr da. Es ist weg. Es ist verbraucht. Oder wenn ich sage, ich sehe das Glas halb voll, dann heißt es eben, ja, ich habe noch die Hälfte, ich habe noch die Hälfte des Inhaltes. Es ist ja noch die Hälfte da. Es ist noch etwas da. Also, das ist auch so eine tolle Metapher und so eine tolle Beschreibung dessen, wie man einen gleichen Sachverhalt unterschiedlich betrachten kann. Also, wir sehen die gleiche Sache und wir können das dann sehr unterschiedlich bewerten und sehr unterschiedlich interpretieren. Das Glas halb voll oder halb leer sehen. Und auch wenn man das natürlich nicht immer schafft und man darf auch nicht toxisch positiv werden, also auf biegen und brechen immer alles total positiv sagen oder positiv sehen müssen, das ist auch sehr schlecht. Auf biegen und brechen bedeutet, dass jemand etwas mit aller Kraft und ohne Kompromisse erreichen möchte. Das hat also auch eine negative Konnotation. Wenn man etwas auf biegen und brechen machen möchte, dann ignoriert man alle anderen Faktoren und möchte einfach nur das Ziel erreichen. Zum Beispiel, die Regierung möchte dieses Gesetz auf biegen und brechen durchsetzen. Wir haben auf biegen und brechen versucht, die Prüfung zu bestehen. Er wollte auf biegen und brechen diesen Plan verwirklichen. Das ist auch nicht gut, aber es ist dann, glaube ich, immer wieder sinnvoll zu üben, doch die guten Dinge im Leben zu sehen. Ja, denn ich glaube, oder sich auf die guten Dinge im Leben zu fokussieren und zu konzentrieren. Denn es gibt genug Quellen um uns herum oder Informationsquellen, die versuchen, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass wir die Dinge eher negativ sehen und dass wir eher nur das Glas halb leer sehen. Hier sehe ich gerade, dass Leute Frisbee spielen, also das ist auch ... nein, sie spielen Football, also sie werfen einen Football. Das ist eben auch hier auf dieser Wiese eigentlich eine perfekte Umgebung. Du hast viel Platz und du kannst mit ganzer Kraft irgendwelche Bälle oder irgendwelche Frisbees werfen. Das Thema American Football. Und zwar ist das ja eine Sportart, die, wie soll ich sagen, in Österreich zwar bekannt ist, aber nicht sehr populär ist. Also die meisten Leute kennen auch gar nicht die Regeln von American Football. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie man das spielt. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne es auch nicht, ich weiß es auch nicht wirklich. Und ich denke mal umgekehrt gibt es wahrscheinlich viele andere Leute in Nordamerika, die auch nicht wirklich wissen, wie Fußball funktioniert. Das ist doch auch was Tolles. Oder zum Beispiel gibt es die Sportart Cricket. Cricket ist scheinbar in einigen Ländern extrem beliebt, extrem beliebt. Aber dann außerhalb von diesen Ländern spielt es eigentlich fast niemand oder kennt fast niemand diese Regeln. Ja, gute Frage, wie hoch dieser Turm eigentlich ist. Ich glaube, es ist nicht das höchste Gebäude in Österreich. Aber die Wolkenkratzer in Österreich oder hohe Türme in Österreich sind eigentlich nicht sehr zahlreich. Es gibt nicht wirklich viele davon. Ich denke, in den europäischen Städten ist die Anzahl an Wolkenkratzern doch eher spärlich. Also spärlich heißt wenig, zahlreich, nur sehr spärliche Wolkenkratzer. Eben nicht viele. Ich denke, auf dieser wunderschönen Wiese und diese wunderschöne Sonne werde ich euch noch einen wunderschönen Tag wünschen und bis zum nächsten Vlog. Und erst�ige Musik